Hallo und moin moin zu diesem kleinen Auftragskrein für New Pokémon Snap. Heute zeige ich euch den Auftrag, für wen arbeiten sie. Diesen Auftrag müsst ihr im Floreo Naturpark bei Nacht auf Stufe 2 erledigen. Hier müsst ihr im letzten Abschnitt die erste Kristallblume rechts mit einem Luminarball bewerfen. Anschließend fliegt das darüber fliegende Vabribi weg und kommt mit einem Hornweißel wieder. Fotografiert das Hornweißel. Dieses Foto müsst ihr am Ende beim Professor auswählen und abgeben, um die Aufgabe abzuschließen. Ich hoffe ich konnte euch helfen, wenn ja dann würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Wir sehen uns im nächsten Guide, bis zum nächsten Mal. Tschömenü!